Als Sprecher kannst du arbeiten, von wo du willst. Naja, zumindest so lange, wie du einen Raum hast, der relativ ruhig ist und du jetzt nicht direkt neben einem Feuerwerk aufnimmst, dann ist das in der Regel kein Problem. Und in diesem Video soll es darum gehen, welche drei Dinge du eigentlich brauchst, um als Sprecher von unterwegs arbeiten zu können und was ich als absolute Pflicht ansehen würde. Punkt Nummer eins, ganz klar, ein Laptop, ein Notebook, am besten auch kein schlechtes. Wenn du ein Notebook hast, ist das Problem, dass die Teile, so mobil wie sie sind und so flexibel wie sie sind, auch schnell kaputt gehen können wegen irgendwas. Sei es schlechter Transport oder eine Festplatte geht kaputt oder, oder, oder. Also es kann ganz, ganz, ganz viele Gründe geben, warum so ein Laptop vielleicht bei Reisen kaputt geht. Der kann geklaut werden und so weiter. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall neben dem Laptop noch empfehlen, eine separate Festplatte mitzunehmen, auf welcher du immer deine Aufnahmen abspeicherst, also quasi deine Projekte, die du gemacht hast, ein Backup machst, wie das genau funktioniert und so weiter, können wir alles bei uns in der Ausbildung erklären. Oder du machst dich selber schlau darüber, aber das halte ich für sehr wichtig, falls irgendwas passieren sollte. Weil dann kannst du immer wieder auf deine Aufnahmen zugreifen, egal von welchem Punkt. Wenn du jetzt einen Laptop hast, brauchst du logischerweise noch dein ganzes Equipment. Das ist für mich jetzt eine Selbstverständlichkeit, dass man weiß, dass man irgendwie sein Mikrofon mitnehmen muss, wenn man aufnehmen will von unterwegs, ist ja vollkommen klar. Und was ich aber auf jeden Fall noch empfehlen würde, du weißt nie, wie das Zimmer ist, in dem du aufnimmst. Das heißt, du weißt nicht, ist der Hall krass? Hast du, weil du am Flughafen bist, die ganze Zeit Flugzeuggeräusche, die total laut sind? Also was genau kommt da eigentlich konkret auf dich zu? Da empfehle ich dir, sogenannte Audio-Restaurations-Plugins zu verwenden. Das sind quasi Effekte, die man innerhalb von deiner Aufnahmesoftware installieren kann. Welche Hallgeräusche, also wenn du jetzt zum Beispiel in einem Raum aufnimmst, der ist akustisch nicht gut gemacht. Der Hallgeräusche-Rausfilter, der Nebengeräusche-Rausfilter, da kann ein Esel an deiner Hauswand vorbeilaufen, mit Fenster offen. Man hört es wahrscheinlich im Nachhinein gar nicht mehr. Also es gibt wirklich extrem gute Effekte. Die kosten dann halt mal ein Fuffi einmalig, die man dann kaufen muss. Die das dann aber alles eben entsprechend rausfiltern. Und ja, mit denen du dann eben auch sehr, sehr gute Aufnahmen dann machen kannst, egal wo du bist. Was man da konkret braucht oder was ich empfehlen würde und was die Kosten, wie man die installiert und so weiter, erklären wir auch alles bei uns in der Ausbildung. Und drittens, du hast deinen Laptop jetzt dabei. Du hast deine Aufnahmesoftware und dein Equipment und deine Plugins und so weiter. Und im dritten Punkt, eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem mit dazu, ein geeigneter Raum. Am besten einer, der nicht riesengroß ist, ja, wo du einfach in Ruhe aufnehmen kannst, wenn du dir quasi so ein Airbnb oder ein Hotel aussuchst. Die sind in der Regel alle schon sehr gut aufgebaut, ja, also so, dass die relativ Lärm, nicht gerade Lärmfördernd sind. Wenn du dir jetzt nach so einem Airbnb Ausschau hältst, ja, oder nach einem Hotel oder so, dann achte, so würde ich das tun, auf einen Teppichboden und auf dicke Vorhänge. Weil Vorhänge kannst du immer zuziehen und die schlucken auch immer Schall. Manche mehr, manche weniger gut, manche sind dicker, manche weniger. Aber das hilft auf jeden Fall und ein Teppichboden ist auch sehr, 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 sehr sinnvoll. Wenn du noch ein Bett in dem Raum stehen hast, umso besser, weil das schluckt einfach alles Schall. Du kannst natürlich auch versuchen, so viele Kissen, die überall rumliegen und Bettdecken übereinander zu legen oder aufzuhängen bei dir im Raum, wie es nun geht. Aber das ist in der Regel gar nicht nötig. Also bevor du dich da irgendwie verrückt machst, man kann in der Regel sehr entspannt aufnehmen, von egal, wo man ist. Vorausgesetzt, man hat sein Mikrofon dabei. Wenn man jetzt auch nicht unbedingt in der Küche aufnimmt, die voll ist mit Fliesen, dann klingt das in der Regel alles vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn man solche Effekte oder Plugins, wie ich es vorhin genannt habe, benutzt, von denen ich eben geredet habe. Wie du merkst, eigentlich ziemlich, ja, selbsterklärend. Ich habe dir jetzt wahrscheinlich nichts gesagt, was dich total krass überrascht. Du brauchst einen Laptop, wer hätte es gedacht? Also deinen Stand-PC mitzunehmen, wird wahrscheinlich jetzt nicht so geil. Du brauchst dein Mikrofon, logisch, ne? Und am besten wirklich einen Raum, der zum Aufnehmen geeignet ist. Und wenn du das alles hier bedenkst, dann steht einer Reise auch absolut nichts im Wege. Was du übrigens auch machen kannst, ist, deine Aufnahmen vorher komplett schon zu machen. Das heißt, du hast deine gesamten Kapitel schon aufgenommen. Und wenn du dann in den Urlaub gehst, ist komplett egal, ob du aufnimmst oder nicht, weil du brauchst dein Mikro gar nicht mitnehmen. Du hast ja schon in Deutschland oder wo immer du lebst, alles aufgenommen. Gehst dann in den Urlaub, zur Familie, egal wohin und hast deinen Laptop und schneidest die Aufnahme nur noch. Ja, das macht es für dich natürlich deutlich einfacher. Du könntest an den Strand gehen, dich dort in einen Café setzen mit Kopfhörern und dann einfach deine Hörbuchaufnahmen schneiden. Ja, und das ist Lebensqualität. So empfinde ich das und ich liebe sowas. Ja, also ich liebe es, meine Aufnahmen zu machen und dann irgendwo hinzugehen und die unterwegs zu schneiden. Weil ich einfach ein Fan davon bin, habe ich zumindest für mich bemerkt, ich gehe gerne in einen Café und lasse mich dann dort bedienen und lasse mir ein Getränk bringen. Und dann arbeite ich dort, ich bin entkoppelt, ich bin nicht an dem normalen Ort, wo ich sonst bin und ich arbeite dann irgendwie besser aus irgendeinem Grund. Es ist einfach so. Und wenn du merkst, es ist für dich ähnlich, dann mach dir das Ganze zunutze. Ja, wir haben einige Sprecher, die reisen sehr, sehr viel. Ja, und die sind dann die ganze Zeit unterwegs in Australien und sonst irgendwo. Und nehmen halt das Geld, was sie damit verdienen, um zu reisen und können dann auch von unterwegs arbeiten. Und wie gesagt, wenn du diese drei Tipps hier bedenkst, dann steht dem gar nichts im Wege.